Oh, aber es ist ein großes. Hey, wie sollst du eine Brille? Warum ich nicht? Ich habe eine Brille? Ja. Wie sehe ich aus? Warte, warte. Verf***t. Ich sehe mich nicht. Schau mal, I. Cool, er hat eine Brille. Ich habe eine Brille. Ja, das ist mal ein. So was hast du nicht. Ja, das ist schon dumm, Mann. Wir haben nichts gebaut. Fangen jetzt anzubauen. Ey, ein Wasserfall. Ja, wir laufen zu zweit. Da sind wir sicher. Wo ich baue, aber ich baue nicht bei ihrem hässlichen, komischen Haus. Ich habe dir weggemacht. Nee, es ist immer noch da. Ja, es ist immer noch da. Ja, ich habe auch keine Lust da zu bauen. Ja, Jungs, wir müssen jetzt irgendwie anfangen zu bauen, weil sonst kommen gleich die Zombies und liegen und so. Das heißt, ich zieh bei dir eigentlich auch keinen Bock. Ja, wir müssen alle drei zusammenhalten, sonst sterben wir einfach. Nee, ich schaffte es jedes Mal alleine ein Haus zu bauen. Ja, ich eigentlich auch. Naja, aber auch beim Modus ist es auch immer geschafft. Jungs, ich bin der Admin. Ich sage, was hier getan wird. Ja, toll. Jetzt kommen Creeper und Tick dich. Der Admin stirbt zuerst. Ich mache erst ohne Fenster immer. Ja, ich auch. Ich habe immer nur eine Tür. Wer ist schon so arm, macht den Ohrfakt. Jungs, es geht los. Zwei Blöcke ist hochkönnen, Monster. Also so, hier drin wäre mein Nütz sicher fürs Erste. Ja, ich weiß, aber mach mal eine Tür rein. Ich komme nicht rein. Sei es, ich glaube, das war ein bisschen... Naja. Ich bin drin. Ja, ich auch. Nein. Ich noch nicht. Ich baue dich doch einfach einen Erdblock auf der anderen Seite hin. Dann mache ich ja. Dann macht ihn wieder kaputt, wenn ihr drüber seid. Ich komme jetzt eine Spitzhacke und eine Schaufel. Dann fange ich an, den Keller zu graben. Hier sollst du den Keller graben. Ja. Aber wenn es Nacht ist, kann ich nicht Holz sammeln gehen oder so. Deswegen baue ich mir immer einen Keller. Stimmt. Ja, ist gut, genau. Ich gehe hier oben weitermachen. Ich habe kaum mehr Holz. Ja, wir machen weiter. Ich mache noch eine Tür rein. Ja, ich habe nichts mehr. Ihr müsst jetzt alleine bauen. Ich würde mal weggehen, das Skelett irgendwo. Oh, toll. Ich habe doch gesagt, wir müssen nur ein Schneerballen. Das ist doch besser egal. Oh, ein Ähnchen, wie süß. Ihr müsst doch nicht fertig sein. Ihr müsst doch am ersten Tag nicht direkt das Haus fertig haben. Ihr müsst nur den Grundriss, dass da keine Manzereien haben. Ja, und das Problem ist, wir haben noch nicht mal eine Tür. Ja, wow, das brauchen wir auch nicht für in der ersten Nacht. Warte, warte. Ich mache uns eine Tür. Nein, scheiße. Wir haben zu... Smiley, hast du genug Dings da? Nein, ich habe gar nichts mehr. Das ist recht eine zweite Nacht. Ah, warte, jetzt wollte ich mal sehen, wie du dein Tunnel machst. Aber musst du ja weggraben. Ach so. Ey, mach eins höher, weil ich will hier alles mit Wolle unten machen. Eins höher? Ah, so. Ja, also hier, das, die nochmal weg und dann eins höher die Decke. Ich weiß so, schau mal, lauft mal hier drunter. Die sieht voll kacke aus, wenn ihr nach oben schaut. Ah, okay, stimmt. Ja, aber hilft das mal auf, ne? Skull to Freak mit deiner hässlichen Brille. Ja. Wolle dauert eh noch, bis wir gelingen können, aber egal. Ich bin halt cool, Marc. Was wollt ihr? Müsst du neidisch, nur weil ich jetzt ne Brille trage? Und du nicht? Ja. Hat doch eine. Ja, aber nicht im Spiel. Ja, ne, der braucht schon eine Brille im Spiel, man. Ich seh doch nicht aus dem Spiel. Ey, ich seh cool aus, das musst du zugeben. Ich hab nicht ne, ne, ich mach gleich. Oh, ne, doch nicht. Hallo. Ich mach uns jetzt erstmal ne Tür. Verdammt. Das war dann nicht über den Grundriss, nach unten, vom Keller. Boah, das ist aber irgendwie dunkel, das weißt du. Ja. Ich hab noch keine Kohle. Das heißt, das... Wie kommst du hier raus? Ich baue nicht mehr mit Erde nach oben, dann. Oh, gut, ich hab... Ja, gut, ich mach mir sowas wie so ne... Okay. Toll. So, toll, ich hab jetzt ne Tür gebaut. Haha. Was macht ihr hier? Wir brauchen Erde. Oh, Junge. Muss noch Erde, ich gib mir mal Erde. Jungs, ich mach uns erstmal ein Dingstar. Wir machen... Ey, wie was... Ich mach uns einen Spaten. Ich hab doch einen Spaten oder sowas. Ich baue doch schon hier ab und mal das... Ich baue doch schon den Stein ab. Ich baue doch nicht die Erde, damit ich den Bucht klettern... Das ist doch gerade in der Hand. Jungs, ich komme. Ja, aber nur eins, nur eins. Dann bau da hinten Erde an der Wand ab. Ich seh nix, ich seh aber nicht, wo ich reingrabe. Ich will Kohle finden. Meistens ist im Keller irgendwo immer Kohle in der Nähe. Ach, halt. Wir müssen dann schauen... Also ich will auf jeden Fall einen Tunnel graben im Keller, so. Ja, das dauert noch ein bisschen, ne. Ey, ich fang da mit denen mal schon in der zweiten Nacht an. Was habt ihr denn gemacht, irgendwie? Ich hab Stein, ich hab Holz, was wohl ich mehr. Hm. Wir können den Nohorsen sehen, ey, ich seh da nix. Du siehst zu euch für nur deine Ohr. Oh, ja, also ihr doch die ganze Zeit vor mich, wenn ich irgendwas sagbar auch. Jungs, ich mach uns erst mal ein Eisenteil, ein Eisenstick. Ich hab noch nicht mal einen Spaten, ich hab nix. Oder das ist eine Spende. Du sagst, ich hab ich. Oder stopp. Junge, ich krieg mich an. Mh, 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 mh. Warte, was weiß ich. Ich mach dir schon mal alles zu. Neeeeiiinn! Der hat mich umgebracht! Fuckers! Verdammt nochmal, ich hasse die Fuckspinne, wie ist die da reingekommen? Ich glaub, obendrin ist Bond, weil's da noch zu dunkel ist. Na, Ty! Na warte, du Scheißspinne! Das Gelett tötet ihn jetzt! So, du Scheißspinne! Jetzt wirst du gepoint! Das stirbt er. Ah, umgebracht! Ich hab zwei Seiden, damit können wir vielleicht einen Bogen herstellen. Nein, brauchen drei. Das hat weh getan, aber ja. Ah, es soll jetzt hell werden langsam. Ey, das heißt, siehst du hier was, oder? Ja, ich seh alles. Wie? Ich hab gute Augen. Mir auch. Ich seh nur das hier, ich seh nur wie diese... Nur keine Schaumme mehr. Brauchst du einen Spaten, oder was? Wird schon hell, egal. Kann man noch ohne Ahnung. Da ist noch ne Spinne, oh nö, ich hab keinen Bock, mich wieder mit der rumzubatteln. Wartet mal, ich grab hier mal ein bisschen Erde, weil... Ich brauch ein bisschen Erde. Wir brauchen Kohle und ein paar Fackeln, das ist alles, was wir brauchen jetzt. Nein, gar nicht mehr. Das denkst du, warum ich hier in den Keller aushebe. Na, um so in der Kohle zu finden. Ich seh gar nicht. Ich mach mal was auf. Ich brauch Licht, mach mal was auf. Ich brauch Licht, mach mal was auf. Ich mach das. Ich mach das, ja. Ja, weil ich hier was abbaue. ich glaub ich hab da wird stopp rein scroll geh bei mir nicht einfach rein ich seh gar nix ey ich seh alles ey und Zeiss was machst du da wir brauchen Kohle und ne Fackel das ist alles was wir jetzt im Moment brauchen ah es wird wieder hell wie sie seht ihr das wie sie seht ihr da weg ich will zuerst Junge Mann du machst dir alles zu ich seh nix mehr ja wir haben Pech mit dem Keller warte da ist keine Kohle ne nö bisher nicht ohne Kohle keine Fackeln und dann fackeln sie mir gar nix oh oh Leute guckt mal raus da sieht es richtig schön aus ich seh nix warte ich mach mal hier was auf damit es hier hell ist das sind schön viele Flieger da sind viele Creeper da sind da sind Junge was machst du es zu wir brauchen Licht sterben die Flieger langsam jetzt sehe ich auch was ich habe die verrecken wie die kleinen Köter jetzt sehe ich genug irgendwie kein Erfolg sehe ich so ja was heißt hast du ach ja viel Holz abbauen ja viel Spaß oder sind die Zombies schon tot wir sind gleich verrecken wer macht hier alles wieder zu man hier sieht man kaum was man wer im fucker ist oh oh da ist ein Creeper und da ist es im Arsch wouldang oh die die ich habe uns das Haus kaputt gemacht seid ihr froh da 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 nov vor der Zieler hilf rum he feil nichts andererseits ah gut ohne Katnach ich mach mir erstmal ne axt ha ich hab Pfeile Wie nennt ich noch noch aus? Drei Äxte. Wie macht man sich denn eine Axt? Hm, so wie eine Axt halt mit Holz machen. Eine Axt? Ich weiß nur, wie man sich ein Schwert baut. Ich weiß auch nicht, wie man sich ein Schwert baut. Ich würde die Holzschwerte verbringen. Wurden dickheads. Wow, wie geht eine Axt? Oh mein Gott, ein Screamer vor unserer Tür. Ich lock ihn mal weg. Deswegen bin ich auch zur anderen Seite rausgegangen. Ist er weg? Ist er weg? Nein, er ist nicht weg. Warte, ich lock ihn mal weg, warte. Ich buddel weiter, buddel. Ja, er stirbt nicht. Ich baue das Haus fertig, ihr sucht Kohle, oder? Ja. Kohle und Eil. Guck mal unser Haus an. Egal, ich mach das. Es sah schon mal besser aus, ich weiß. Ihr kümmert euch um Kohle oder so, ich mach das Haus. Warte, ich brauche Holz. Ja, ich mach Holz. Ich mach das Haus fertig und ihr kümmert euch um es. Ja, okay. Es ist vollkommen. Graben, graben, graben. Wir können euch eine Höhle suchen, eigentlich. Nein, irgendwas hat mich angeregt. Das war ich, du Assi. Im Keller findet man nicht so oft irgendwas Kohle. Wahrscheinlich ist egal. Ich hab nur so eine Scheiße. Smiley, hier. Hier, in Spitzhacke. Oh, gut. Komm, ich hol's eben Kohle, wenn du so lang brauchst. Ja? Okay, gut. Ne, ich hab ein Schiff, rauszugehen. Du musst erst mal unser Haus aufbauen. Au, Junge, Mann. Ich bin gleich tot. Sorry. Ich hab Eisen. Toll. Ich hab noch nicht abgebaut. Halt. Hat jemand eine Eisenspitzhacke von euch? Ja, das wohl. Äh, ne. Nicht Eisending. Ich bin jetzt in der Höhle. Jungs. Ich bin jetzt in der Höhle. Hat jemand... Irgendjemand hat gesagt, er kümmert sich in unser Haus. Ja, das mach ich dann. Sonst abends wird es langsam. Aber erst mal Kohle. Ich bin außen in der Höhle, deswegen. Ach so. Fortsetzung folgt. Also an der Höhle.